Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Sampel-Rohli. Und diesmal auch die Ärzte. Wow, so sind die Tagesthemen wohl noch nie eröffnet worden. Und ich hätte mir auch nie träumen lassen, mal so angekündigt zu werden. Mehr von dem Trio gibt es später in der Sendung zu hören, wenn wir über Bands in Corona-Zeiten reden und wie die ganze Musikbranche versucht, derzeit den Takt wiederzufinden. Aber erstmal guten Abend und wir machen sehr viel nüchterner weiter. Den zweiten Tag in Folge sind die Corona-Neuinfektionen in Deutschland um mehr als 11.000 gestiegen, meldet das Robert-Koch-Institut. Und während derzeit vor allem versucht wird, den Anstieg der Infektionen zu verlangsamen, laufen gleichzeitig die logistischen Vorbereitungen für eine künftige Impfkampagne an. Weltweit forschen um die 200 Firmen intensiv an einem Impfstoff. Eine solche Waffe gegen das Virus sei aber frühestens zu Beginn des nächsten Jahres verfügbar, erklärte heute das Bundesgesundheitsministerium. Doch wer soll die Impfung als erstes bekommen? Tim Diekmann berichtet. Noch ist ein solcher Piks nur wenigen ausgewählten Probanden vorbehalten. Schon in wenigen Monaten könnten Corona-Impfstoffe, wie dieser vom Tübinger Hersteller CureVac, aber millionenfach verabreicht werden. Die Nachfrage ist riesig. Die Hoffnungen auf ein Ende der Pandemie, sie ruhen auf einem funktionierenden Impfstoff. Unternehmen produzieren schon vor der Zulassung millionenfacher Vorrat, doch am Ende werden selbst volle Lager wohl nicht für alle reichen. Es wird nicht genügend Impfstoff geben, um die gesamte Welt vakzinieren zu können. Darum geht es aber, dass wir eine breite Immunisierung bekommen. Doch wenn der Impfstoff nicht für alle reicht, wer wird dann überhaupt geimpft? Alte, Kranke, medizinisches Personal? Eine Frage, mit der sich in Deutschland auch die ständige Impfkommission beschäftigt. Letztendlich ist das ganze Verfahren unbedingt so zu gestalten, dass eine hohe Transparenz dabei ist und dass letztendlich die Menschen das Gefühl haben, dass es gerecht zugeht auch. Die Diskussion, wer zuerst den vielleicht lebensrettenden Impfstoff bekommt, ist längst entbrannt. Gesundheitsminister Spahn sieht im aktuellen Spiegel Pflegekräfte und Ärzte ganz oben auf der Liste. Aber nicht einmal für die könnte der Impfstoff wohl reichen. Eine Priorisierung bedeutet ja auch, dass die Gruppen relativ klein sein müssen. Weil wenn man nicht genug Impfstoff hat, hat es naturgemäß keinen Zweck, sehr große Gruppen zu priorisieren, für die dann kein Impfstoff verfügbar ist. In der kommenden Woche wird eine Expertenkommission der Politik Empfehlungen geben. Auch Bund und Länder tauschen sich bereits über eine Impfstrategie aus. Einen detaillierten Plan gibt es aber nicht. Jedenfalls ist es so, dass wir uns vorbereitet haben durch Kabinettsbeschluss, dass wenn der Impfstoff da ist, dass er auch angewendet werden können. Wir also jetzt zumal was Spritzen und so weiter betrifft, da Vorsorge getroffen haben. Dennoch ist vieles unklar. Lediglich auf die Frage nach dem Wo gibt es eine Antwort. Das wird nach derzeitiger Vorstellung sicher in Impfzentren sein, weil auch sonst die Umsetzung einer Priorisierung sehr schwer denkbar wäre. Außerdem wissen wir, dass manche Impfstoffe eben sehr kritisch sind, was Lagerung und Transport angeht. In Messehallen könnten solche Impfzentren entstehen. Noch gibt es sie aber nicht. Stattdessen viele einzelne Ideen und noch keine gemeinsame Impfstrategie. Es sollte Gleichberechtigung und mehr Chancen für Frauen im brandenburgischen Landtag bringen, das Paritätsgesetz. Wonach Parteien beim Ausstellen der Kandidatenliste für Wahlen diese abwechselnd mit Frauen und Männern besetzen müssen. Ein Blick in die Landesparlamente zeigt, dass weibliche Abgeordnete lediglich in Hamburg mit 43,9 Prozent einigermaßen gleichrangig vertreten sind. In Sachsen-Anhalt beträgt ihr Anteil lediglich 21,8 Prozent. In Brandenburg 31,8 Prozent. Doch dort hat das Landesverfassungsgericht heute das Paritätsgesetz gekippt. Es verstoße gegen die Verfassung, urteilten die Richter. Viktoria Kleber berichtet. 50-50, pari-pari. So hatten sie sich die Landeslisten der Parteien in Brandenburg vorgestellt. Und während sie vor dem Landesverfassungsgericht heute Morgen nach Parität rufen und hoffen, dass das Gesetz bestehen bleibt, wird drinnen das Urteil verkündet. Das Paritätsgesetz sei verfassungswidrig, erklärt der Richter, denn es beschränke unter anderem die Freiheit der Parteien bei der Kandidatenaufstellung. Es waren die Grünen und die rot-rote Koalition, die das Gesetz auf den Weg gebracht hatten. Meine Enttäuschung ist schon sehr groß. Wir sehen ja, dass es wichtig ist, den Anteil von Frauen in den Parlamenten zu stärken. Er ist ja in der Vergangenheit jetzt sogar rückläufig gewesen, statt mehr zu werden. Wir sind von dem Anteil 50-50 noch weit entfernt. Und wir hatten natürlich gehofft, dass wir das jetzt auf der gesetzlichen Ebene verankern könnten. Die rechtsextreme NPD und die AfD hatten gegen das Gesetz geklagt. Frauen haben die Möglichkeit, sich politisch zu betätigen. Und ich glaube nicht, dass der Staat vorschreiben muss, dass so und so viele Frauen sich politisch betätigen müssen. Nicht nur in Brandenburg, auch in Thüringen wurde ein ähnliches Gesetz bereits gekippt. In anderen Bundesländern diskutiert man derzeit über paritätische Regelungen. In Berlin beispielsweise oder aber auch in Bremen. Doch Juristinnen sind sich uneins, ob ein solches Gesetz tatsächlich Erfolg haben kann. Ja, sagen die einen, wenn Gerichte bestimmte Grundgesetzartikel stärker gewichten. Artikel 3 Absatz 2, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat hat auf die Überwindung bestehender Nachteile hinzuwirken. Wir sehen die Realität. Es gab noch nie ein paritätisch besetztes Parlament in Deutschland. Das heißt, der Gesetzgeber kann hier Maßnahmen ergreifen, mit denen er der Meinung ist, dass sie wirken könnten. Nein, sagen die anderen. Eine andere Gewichtung sei nicht möglich. Das Demokratieprinzip ist der zentrale Bestandteil unserer Verfassungsordnung. Dieses kann nicht modifiziert werden durch einen Gleichstellungsauftrag. Zurück in Brandenburg. Hier lassen sich die Befürworterinnen heute nicht entmutigen. Das Frauenrecht ist auch nicht von einem Tag auf den anderen erkämpft worden. Und es gab da Fortschritte, es gab Rückschläge. Und genau das erleben wir jetzt im Moment auch. Sie wollen nun die Urteilsbegründung prüfen und neue Wege suchen, wie sie in Brandenburg politische Gleichstellung bei den Landeslisten erreichen können. Das brandenburgische Paritätsgesetz ist verfassungswidrig. Dazu die Meinung von Eva-Maria Lembke vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Das nächste Paritätsgesetz ist nun also gekippt. Und das ist auch gut so. Denn die Mauern, die um die Wahl und Parteienfreiheit gezogen sind, stehen glücklicherweise fest. Trotzdem lohnt sich ein Blick auf diejenigen, die sich immer wieder dagegen ausgesprochen haben. AfD und NPD mal ausgenommen, die wohl vor allem deshalb dagegen geklagt haben, weil sie aus ihren Reihen gar nicht genug Frauen für ihre Landeslisten zusammengefunden hätten. Nein, es lohnt sich, denen zuzuhören, die zwar immer über die wenigen Frauen in ihren Parteien klagen, aber keine wirklichen Veränderungen wollen. Zum Beispiel die CDU mit ihrem möglicherweise demnächst Vorsitzenden Friedrich Merz. Der sagte kürzlich, in der Politik wird vieles in Abendsitzungen besprochen, manches hinterher beim Bier. Das ist für viele Frauen nicht machbar. Ja, und zwar Trommelwirbel bitte, weil viele Frauen Kinder haben oder sich sonst wie um ihre Familienmitglieder kümmern. Und wer seine Familie nicht als exzentrisches Hobby begreift, würde sie ganz gern auch mal sehen. Das geht nicht nur Frauen so, aber gerade sie scheuen deshalb eine Politkarriere. Also, statt Politik als Extremsport im Endlosverhandeln zu begreifen, wäre, wenn schon nicht um, dann doch wenigstens Nachdenken angebracht. Sitzungen, die die ganze Nacht gehen, sind kein Zeichen von guter politischer Arbeit. Im Gegenteil, wie die gerade allseits zerpflückten und ja auch über Nacht ausgeheckten Beherbergungsverbote beweisen. Und wer will, dass Politik lebensnah ist, sollte nicht nur auf Geschlechterproporz in den Parlamenten achten, sondern auch darauf, dass die Menschen, die sie machen, dieses Leben nicht irgendwann mit der Halbwelt der Verhandlungsrunden verwechseln oder auch vielleicht schon mal einen Pflegeantrag für ihre Angehörigen ausgefüllt haben. Noch aber gilt, die Verhältnisse, die sind nicht so. Und daran hätte auch ein Paritätsgesetz wenig geändert. Die Meinung von Eva-Maria Lemke. Die Erwartungen waren nach dem Debakel der zerstrittenen ersten Runde so gering, dass das zweite und letzte TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden nicht viel brauchte, um besser dazustehen. Immerhin, das Publikum konnte endlich mal Argumente hören, was zum einen damit zu tun hatte, dass die Mikros stumm geschaltet werden konnten und zum anderen, dass der Präsident sich diesmal besser im Griff hatte. Trump musste auch punkten. In Umfragen liegt er nach wie vor hinter Biden. Ob es gereicht hat, Wählerinnen und Wähler zu überzeugen, das fasst Verena Bünden zusammen. Es ist die Chance, Millionen Amerikaner ein letztes Mal vor ihren Bildschirmen zu erreichen. Die ganz große Bühne für Trump und Biden vor der Fernsehnation. Dank neuer Regeln gerät die zweite TV-Debatte tatsächlich zu einem vergleichsweise zivilisierten Kampf der Ideen. Trump zeigt sich diszipliniert, ohne ständige Zwischenrufe, Biden gelassen und konzentriert. Besonders deutlich werden die Unterschiede der Kandidaten beim Reizthema Corona und ihrem Umgang mit stark steigenden Infektionszahlen. Wir können dieses Land nicht geschlossen halten. Das ist ein gewaltig großes Land, mit einer massiven Wirtschaft. Leute verlieren ihre Jobs, sie begehen Selbstmord, es gibt Depressionen, Alkohol, Drogen, wie noch nie zuvor gesehen. Das Heilmittel darf nicht schlimmer wirken als das Problem. Er sagt, wir sollen lernen, mit dem Virus zu leben. Die Menschen lernen, damit zu sterben. Ihr Leute da draußen, wo ein Stuhl am Küchentisch leer bleibt. Diejenigen, die abends im Bett die Hand nach dem Partner ausstrecken. Und da ist niemand mehr. Lernen damit zu leben? Um die letzten Unentschlossenen zu überzeugen, setzen beide auf bewährte Methoden. Biden wendet sich direkt an die Zuschauer. Trump inszeniert sich wie gewohnt als politischer Außenseiter. Beim Thema Rassismus wird um die schwarzen Wähler gerungen. Er ist einer der rassistischsten Präsidenten, die wir in der modernen Geschichte hatten. Er gießt Öl in jedes einzelne rassistische Feuer. Ich bin die am wenigsten rassistische Person hier. Ich weiß gar nicht, wer im Raum sitzt, weil es da so dunkel ist, aber ich bin die am wenigsten rassistische Person in diesem Raum. Neu nach dem Chaos der ersten Debatte, die Moderatorin verfügt über einen Stummschaltknopf. Mit abschreckender Wirkung. Die Kandidaten reagieren mit Mimik statt Zwischenrufen. Die politische Grimasse als Statement. Dennoch schenken sich die beiden nichts. Seine Familie ist wie ein Staubsauger. Sie saugen das Geld auf. Sie haben keine einzige Steuererklärung herausgegeben. Was verbergen sie? Jeder sieht sich anschließend als Sieger, wird wenig überraschend von den Seinen unterstützt. Hoffnung und Optimismus habe der Präsident verbreitet, twittert das Team Trump. Trump sei für den desolaten Zustand Amerikas verantwortlich, resümiert Team Biden. Blitzumfragen unter den Zuschauern sehen Biden als klaren Gewinner der Debatte, wenn auch mit geringerem Vorsprung als nach dem ersten TV-Duell. Unser ARD-Studioleiter Stefan Niemann in Washington. Welchen Einfluss dürfte dieses letzte TV-Duell vor der Wahl haben auf die Entscheidung der Amerikanerinnen und Amerikaner? Ja, aus meiner Sicht allenfalls ein geringer. Ich rechne nicht mit einer erdrutschartigen Verschiebung der Wählergunst. Dafür ist dann doch nicht genug passiert. Man muss ja bedenken, dieses Land ist seit vielen Monaten im Wahlkampfmodus. Die Bürger werden überschwemmt mit den Wahlwerbespots, den Nachrichtensendungen, der Übertragung der ganzen Wahlkampfveranstaltungen. Die kennen die Positionen und eine richtige Überraschung gab es in der Hinsicht nicht. Und was Donald Trump versucht hat, dieser Imagewandel war, selbst nach Meinung mancher Strategen der Republikaner, too little, too late, also nicht genug. Und zu spät hat er versucht zu zeigen, dass er auch sich zusammenreißen kann, zuhören kann und Respekt zeigen kann. Ich glaube nicht, dass das viele Wähler noch zum Umdenken bewegt. Zumal ja sich viele vor langer Zeit schon entschieden haben. Und 50 Millionen US-Bürger haben sogar bereits gewählt, etwa 35 Millionen per Briefwahl und 15 Millionen trotz der Pandemie direkt im Wahllokal. Aber was lässt sich denn da rauslesen, dass trotz oder auch vielleicht wegen der Pandemie schon so viele Wählerinnen und Wähler wie wohl noch nie bereits ihre Stimmen abgegeben haben? Ja, zweierlei. Zum einen eine doch spürbare Mobilisierung der Wähler. Die Demokraten haben ja früh versucht, ein Referendum über Trump aus dieser Wahlentscheidung zu machen. Und auch Trump selbst hat dieselbe Strategie verfolgt. Auch er möchte, dass das Volk über ihn abstimmt, ob er weitermachen darf oder eben nicht. Das hat also viele Wähler mobilisiert offensichtlich. Ja, und die Pandemie könnte unter Umständen dazu beigetragen haben, dass viele Leute lieber früher jetzt hingegangen sind, sich in langen Schlangen angestellt haben, da wo man schon in Wahllokalen die Stimme abgeben könnte. Die Frage ist aber, ob das so bleibt, denn die Fallzahlen steigen ja auch hier. Wir hatten gestern 71.000 Neuinfizierte, etwa heute wieder 63.000. Also die Zahlen steigen auch in den USA. Und die Frage ist, ob das die Wähler unter Umständen dann doch nochmal dazu bewegt, lieber zu Hause zu bleiben, um ihre Gesundheit zu schützen. Also das steht in den Sternen. Das ist auch für die Umfrageinstitute im Moment schwer zu messen. Und deswegen bleibt es spannend. Vielen Dank, Stefan, für die Einschätzungen nach Washington. Bundesinnenminister Seehofer will nach dem tödlichen Angriff auf Touristen in Dresden prüfen lassen, ob künftig wieder Abschiebungen nach Syrien möglich sein sollen. Die Nachrichten mit Thorsten Schröder. Das Innenministerium erklärte, es solle die Möglichkeit zur Rückführung von Straftätern, Gefährdern und Identitätstäuschern angestrebt werden, wenn die Sicherheitslage in Syrien dies zulässt. In der Innenministerkonferenz, dem Gremium, das über die Modalitäten entscheidet, ist nun ein Streit über das Vorhaben Seehofers entbrannt. Derzeit gilt bis zum Jahresende ein Abschiebestopp nach Syrien. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex ist in der Ägäis in illegale Zurückweisungen von Migranten verwickelt. Das haben Recherchen von Report Mainz, Spiegel, Lighthouse Reports und Bellingcat ergeben. Dieses Video soll belegen, wie ein rumänisches Schiff der Agentur Frontex ein überfülltes Schlauchboot blockiert, die Menschen aber nicht aus der Seenot rettet. Später fährt das Frontex-Schiff mit hohem Tempo an den Migranten vorbei. Dann übernimmt die griechische Küstenwache das Abdrängen des Schlauchboots Richtung Türkei. Unter Vermittlung der Vereinten Nationen haben sich die Bürgerkriegsparteien in Libyen auf einen Waffenstillstand verständigt. Vertreter des Ministerpräsidenten Al-Sarraj und des General Haftas unterschrieben in Genf eine entsprechende Vereinbarung. Sie gilt ab sofort, landesweit und ohne zeitliche Begrenzung. Ausländische Kämpfer müssen das Land verlassen. Die UN-Beauftragte Williams sagte, die Unterzeichnung des Abkommens werde in die Geschichte eingehen. Im November soll es weitere Gespräche über die Zukunft des Landes geben. In Polen haben auch heute wieder hunderte Menschen gegen das vom Verfassungsgericht verabschiedete neue Abtreibungsgesetz protestiert. So ist künftig ein Schwangerschaftsabbruch selbst bei einer schweren Schädigung des Fötus verboten. Erlaubt bleibt er nur nach einer Vergewaltigung oder bei Gefahr für Leib und Leben der Schwangeren. Bei den gestrigen Demonstrationen wurden mindestens 15 Personen festgenommen. Die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst haben auch heute kein Ergebnis gebracht. Vertreter von Gewerkschaften und Arbeitgebern wollen die Gespräche morgen in Potsdam fortsetzen. Die Arbeitgeber bieten 3,5 Prozent mehr Lohn bei einer Laufzeit von drei Jahren. Die Gewerkschaften fordern 4,8 Prozent für ein Jahr, mindestens aber 150 Euro mehr im Monat. Es trifft Weltstars wie Amateurbands, Konzertveranstalter wie Tourcrues und natürlich auch das Publikum. Licht aus und kein Spot an, die Bühnen sind leer. Einer ganzen Branche hat Corona den Stecker gezogen. Bevor ich gleich darüber mit der Punkrockband Die Ärzte rede, die ja so sensationell die Sendung eröffnet hat, zeigt André Katscher, wie begrenzt die Klaviatur ist, auf der Künstler und Liveveranstalter gerade spielen können. Die Ärzte haben ein neues Album und keiner geht hin, weil ja in Corona-Zeiten niemand zum Konzert gehen darf. Für eine Band, die sich mehr als manch andere über ihre Live-Auftritte definiert, ist das eine völlig neue Erfahrung. Wir sind nicht die Art Künstler, die sagen, wir geben der Welt jetzt unser Werk und da lassen wir es los. Und dann genießen wir von der Ferne die Wirkung, sondern wir wollen das nicht von der Ferne, wir wollen es vom Nahen und zwar in Front eines Live-Publikums erleben. Statt noch in diesem Jahr wollen die Ärzte nun erst 2021 auf Tour gehen. Und hoffen, dass die Leute sich vorstellen, wie das denn ist, in einem Jahr dazu zu pogen. Und sie haben dann auch Zeit, textsicher zu werden. Zeit, die wir haben, um die Texte schon wieder zu vergessen. Weil so gleicht sich das denn einigermaßen aus. Die Konzertverbote haben eine ganze Branche de facto arbeitslos gemacht. Musiker, Techniker, Clubbesitzer, DJs. Friedrich Kurschmann ist einer, der dennoch auflegt. Wenn auch nur im ganz kleinen Rahmen. Nachmittags in Berliner Clubs mit begrenzter Teilnehmerzahl und mit Masken- und Abstandspflicht. Man probiert halt Nischen zu finden. Also man probiert halt in schwierigen Zeiten trotzdem nicht aufzugeben. Man, es, also wo sich Türen schließen, sagt man ja immer, öffnen sich auch wieder neue. Dennoch, die Politik müsste deutlich mehr helfen, fordern Betroffene. Branchenvertreter wie Marek Lieberberg kritisieren, es passiere allerdings so gut wie gar nichts. Seit mehr als sieben Monaten ist diese Branche ohne jede Einnahme und ohne substanzielle Hilfe. Denn die Maßnahmen der Bundesregierung greifen nicht wirklich und bleiben zum größten Teil in einem bürokratischen Sumpf steckend. Die Kerzen sind längst aus, ich und mein Handy. Die Ärzte haben die Einnahmen aus Live-Auftritten nicht so nötig wie andere Künstler. Das sagen sie selbst. Es gibt so viele Bands, die die Live-Auftritte komplett brauchen. Also wir kommen aus einer Zeit, wo noch Abermillionen von Schallplatten und Tonträgern verkauft wurden. Die Bands heute müssen sich von kleinen Streams ernähren und von Live-Gigs, von Konzerten, von Shows. Und wenn das wegbricht, dann sind überhaupt keine Einnahmen da. Live gibt es die Ärzte wie viele Bands wohl frühestens 2021 wieder. Es sei denn, sie geben vorher ein Autokonzert, wie manche Schlager-Sänger. Gib mir mein, gib mir mein Herz zurück. Du brauchst meine Liebe nicht. So, und wie zu Beginn der Sendung angekündigt, hier im Studio die Ärzte. Herzlich willkommen, Fahrin Uller, Bela B. und Rod González. Herzlichen Dank für dieses Intro. Das war nun wirklich mal eine Tagesthemen-Premiere. Ja, wunderbar. War aber auch für uns das erste Mal. Ja, okay. Also ein bisschen Neuland für alle sozusagen. Ich habe noch keine Nachrichtensendung eröffnet bisher. Man muss ja mal neue Wege gehen. Neu auch für uns, dass wir hier ein bisschen mehr Abstand halten müssen als normalerweise. Corona eben auch hier bei uns ein großes Thema natürlich. Und genau darüber wollen wir auch sprechen jetzt. Corona, was bedeutet das für die Veranstaltungsbranche, für Bands, für Publikum? Da ist ja eine Menge passiert. Und es gibt natürlich eine Menge Initiativen. Konzerte gestreamt, Autokinokonzerte oder so. Aber ist das was, wo man sagen kann, ach besser als gar nichts? Oder hat man da schon keine Lust, die Gitarre auszupacken? Wo soll man jetzt anfangen? Das waren sehr viele Fragen. Also zuerst mal Autokonzerte und auch Streamkonzerte spielen für uns zurzeit keine Rolle. Das passt nicht zu uns. Unser Publikum muss sich aneinander reiben, einander riechen. Und auch uns riechen müssen. Ne, das ist etwas, was natürlich nur so ein behelfsmäßiger Job ist. Die Einzigen, die da wirklich was von haben, sind auch nicht die Bands, sondern tatsächlich die Roadies, die da Jobs bekommen haben. Lichtleute, Tonleute, die Crew. Wir selber sind da dicht dran. Unsere Crew ist uns sehr nah. Und wir mussten unsere Tour jetzt um ein Jahr verschieben. Und wir wissen, dass die das ganze Jahr über keine Jobs hatten. Und wirklich Existenzängste haben inzwischen. Die sind seit sieben Monaten fast praktisch ohne Arbeit. Heute konnten wir wieder jemanden hier beschäftigen im Studio. Das ist echt krass. Und wir unterstützen die Alarmstufe Rot-Organisatoren und die Demos, die für die Veranstaltungsbranche stattfinden. Und hoffen, dass wir die Politiker dazu kriegen, diese Riesenbranche, die 1,4 Millionen Menschen beinhaltet, auch mal zu sehen und die zu unterstützen. Der Konzernveranstalter, Marc Lieberberg, sagt, die Politik unterstützt viel zu wenig und hat massive Vorwürfe. Das seht ihr also auch so? Also im Augenblick will jeder Geld, weil es jedem schlecht geht. Das kann ich verstehen. Da kann keiner sich vordrängeln, außer erst die Lufthansa oder so. Aber das Problem ist tatsächlich, wir nehmen Kultur oft als gegeben hin. Also Kultur ist einfach immer da. Und es fällt vielleicht gar nicht so auf, dass Kultur eben auch Leute braucht. Nicht nur so die Gesichter wie uns. Wir haben halt schon viele Platten verkauft. Uns geht es auch in der Krise noch halbwegs gut. Sondern dieser ganze Unterbau von den Clubbetreibern über die von ihm schon angesprochenen Roadies, die Bands, die noch nicht so weit sind, dass sie einen Plattenvertrag haben oder nicht so viele Platten verkaufen. Und die müssen alle von irgendwas leben. Und die werden gerade schon ein bisschen ignoriert. Aus der Serie, naja, Künstler, mein Gott, das ist ja nicht wichtig. Was muss da aber stattdessen passieren? Mehr Geld verteilen! Ja, vielleicht ein bisschen mehr auf die Bedürfnisse dieser Leute schauen. Also es wurden da ja auch Kredite angeboten, um die 9000 Euro, die aber rückzahlbar sind. Und die du auch nur bekommst, wenn du laufende Kosten hast. Aber nun Roadie, wir wissen das ganz genau, der hat keine laufenden Kosten. Der verkauft sich, der verleiht sich seine Arbeitskraft. Und das ist schwierig. Und da muss eine Lösung gefunden werden. Und deshalb müssen die Politiker auch da sich an den Tisch setzen. Und nicht zum fixen Mal mit der Autoindustrie oder mit sonst wen. 1,4 Millionen Ich-AGs, sage ich mal, sind nicht nur Ich-AGs, aber Selbstständige, die viel Steuern zahlen in diesem Land. Geld, was jetzt fehlt. Und Banken bekommst du geschenkt, Fluggesellschaften bekommst du geschenkt. Ah, verstehe. Naja, sie bekommst du nicht wirklich geschenkt. Naja, wir sind doch jetzt zum Vereinfachen. Dafür sind wir da. Rockmusiker dürfen vereinfachen. Okay. Stumpf. Ja, Stumpf war es. Aber es geht ja nicht nur um Geld, sondern es geht ja auch um gesundheitliches Problem. Jetzt kann man ja nicht sagen, okay, wir müssen jetzt alles wieder so haben wie früher. Es geht ja darum, wie kann man das vereinbaren? Was müsste man da tun? Da sind wir wirklich die Falschen. Also es gibt... Wir sind keine Veranstalter. Wir sind die Musiker, die sich hinstellen und vor Leuten spielen wollen. Verschiedene Veranstalter haben verschiedene Hygienekonzepte, die manchmal angenommen werden. Manchmal dann... Die Lage ändert sich auch ständig. Dann ist das erlaubt. Dann ist es wieder gesagt, nee, ist vielleicht doch nicht erlaubt. Also vielleicht eine etwas einheitliche Regelung und vielleicht gewisse hygienische Maßnahmen ergreifen, damit sowas einfach wieder möglich ist. Wir müssen uns wahrscheinlich damit abfinden, dass solange Corona so wütet wie jetzt gerade, dass die Art von Konzerten, die wir gerne spielen, einfach nicht möglich sind. Solange das irgendwann vorbei ist, und das hoffen wir, ist das das Licht am Horizont quasi. Aber... Was heißt das denn für Sie als Band? Also wenn man eben nicht mehr das riechen kann und schmecken kann, wie das ist. Es ist zum Beispiel so, wir haben jetzt ein Album, was heute erscheint. Und die Lieder wollen live gespielt werden. Wir wollen die wieder live spielen, das kann man nicht. Und das ist irgendwie, das verpufft dann so ein bisschen. Weil ein Lied, was man nur auf der Konserve hört, ist auch schön, aber ist halt nicht so, wie man es spürt und dazu rumspringen kann mit anderen. Das ist traurig. Wir haben eine sehr ausschweifende Fantasie und überlegen gerade immer wieder, ob es irgendwelche Möglichkeiten gibt, wenigstens hin und wieder, für uns da irgendwas einen Weg zu finden, dass wir wenigstens ein bisschen spielen können, bis dann zu unserer großen Tour im Winter, die hoffentlich möglich sein wird. Da gibt es ja optimistische Zeichen, dass es dann nächstes Jahr im Frühling oder so irgendwann den Impfstoff gibt. Das ist ja vielleicht auch eine Chance. Es gibt diesen Spruch im Englischen, never waste a crisis. Nicht nur das Schlechte sehen, sondern vielleicht auch eine neue Möglichkeit daraus ziehen. Wir sind tatsächlich eine Band, die aus ihren Fehlern immer versucht, etwas Positives zu machen. Auch auf der Bühne. Jeder Verspieler wird für Entertainment genutzt. Wenn eine Band, die so lange schon im Geschäft ist und so erfolgreich ist wie die Ärzte, man ja dann pausieren muss wegen der Pandemie oder solchen Geschichten, dann kann man das verschmerzen vielleicht. Dann ist es angesichts der acht Jahre, die wir seit dem letzten Album verschwendet haben, einfach nicht mehr besonders viel, muss man jetzt mal sagen. Das stimmt, alles im Verhältnis gesehen. Was war da los? Warum so eine lange Pause? Wir mochten uns nicht. Ja, na doch schon. Ja, wir mochten uns, aber nicht so wie... Irgendwann ist die Beziehung zu Ende. Ja, nee, irgendwas ist schiefgelaufen tatsächlich. Aber das wollen wir jetzt gar nicht so thematisieren, weil jetzt ist gerade alles wieder schön. Es gab eine große Bandmüdigkeit und manchmal ist es ganz gut, einfach ein bisschen Ruhe einziehen zu lassen und sich mal nur zum Essen zu treffen und nicht über die Band zu reden. Das haben wir dann getan, nicht so ausgiebig, aber hin und wieder. Was kam dabei raus? Ach so, denkst du? Ach man, war komisch. Wir sind mit Hunger reingegangen. Wer zahlt jetzt? Ich wusste gar nicht, dass du Vegetarier bist. Solche Sachen halt, ja. Aber nochmal zurück zu der Frage, wenn Bands, die jetzt gerade am Neustart ihrer Karriere sind, die nutzen ja oft kleine Clubs, kleine Bühnen, spielen vor kleinen Gruppen und wenn die jetzt auch zumachen müssen, weil eben Ausgehverbote in großen Städten herrschen, überall, dann haben die ja keine Chance, sich irgendwie zu etablieren. Ist das ein langfristiger Schaden? Das ist ein langfristiger Schaden. Wir haben versucht, mal ein bisschen Geld zusammen für die Berliner Clubs zu nehmen, weil irgendwo muss man anfangen. Ist noch nicht so viel rumgekommen, wie wir uns erhofft haben und wie die Clubs sich vor allen Dingen erhofft haben. Aber irgendwo muss man anfangen. Und Roth hat das mal ganz schön gesagt. Er hofft, dass die Jugendzentren auf dem Land vielleicht wieder zu leben erweckt werden, wenn es in der Stadt einfach keine Clubs mehr gibt, weil überall Zalando drin sitzt oder so. In jedem leeren Schuppen. Wer? Keine Ahnung. Ja, und so ein Internet-Forst halt. Irgendeine Art und Weise, wie diese Corona-Krise auch in Kreativität in Songs, in neuen Liedern verarbeitet wird? Wir haben sehr konzentriert arbeiten können im Studio. Es gab keine Ablenkung, keine Freunde, die man treffen wollte, keine Filme, die unbedingt gesehen werden wollten. Es war wirklich so, was machen wir heute? Na ja, weiter. Rausgehen? Nee, lass mal. Wollen wir essen gehen? Das war tatsächlich, also wir versuchen irgendwas Gutes dran zu finden und das war schon gut da dran. Also es ist mehr Zeit mit Aufnehmen verbracht worden in der Zeit, die wir im Studio waren. Aber mehr Gutes fällt mir jetzt auch wirklich nicht ein. Jetzt jeden Lied zum Corona-Blues verkommen zu lassen, wäre auch nicht so richtig unsere Art. Übrigens, es ist immer noch total hart. Gut, dann drücken wir die Daumen, dass es möglichst bald wieder Live-Konzerte gibt, auch mit den Ärzten. Vielen herzlichen Dank für den Besuch im Studio und für das sensationelle Opening. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet und aus Längengründen etwas gekürzt. Das ganze Interview finden Sie aber auf tagesschau.de. Und dort sagen die Ärzte dann auch, ob sie dafür Verständnis haben, dass so manche Jugendliche in Corona-Zeiten auf Partys nicht verzichten wollen. Und dann lässt uns Claudia jetzt mit dem Wochenendwetter hoffentlich nicht im Regen stehen. Ah, Ingo, das kriege ich nicht so ganz hin, weil zumindest der Sonntag von Nordwesten her dicken Regen bringen wird. Aber der morgige Tag ist mal ganz freundlich. Heute ja für die meisten viele dichte Wolken, immer wieder Regen. Es gab aber Regionen, da schien noch richtig schön die Sonne, Prem am Lech heute. Da gab es Sonnenschein, blauen Himmel und man sieht hier so ein paar Schleierwolken, die unterwegs waren. Im Laufe des Tages aber zogen auch da kompakte Wolken auf mit Regen. Und dementsprechend war es dann eher trüb und auch trotz des Regens noch ziemlich warm. Denn ein Tiefdruckgebiet, das sorgte bei uns schon für die Zufuhr warmer Luft und auch in den nächsten Tagen, also morgen übermorgen, bleibt es recht warm. Dann aber Sonntagabend und vor allen Dingen am Montag kommt deutlich kühlere Luft nach Deutschland. Das wird man auch merken. 13, 14 Grad der Regen heute, der war ja richtig warm. Und der zieht in der Nacht dann weiter nach Südosten. Von Nordwesten her lockert es auf. Da sind noch so ein paar Schauer drin. Aber auch morgen tagsüber vor allen Dingen Baden-Württemberg, Bayern, Dichte-Wolkenfelder. Immer wieder nass. In Baden-Württemberg kann es anfangs auch etwas kräftiger regnen. Dann eben Auflockerungen im Laufe des Tages dann von Baden-Württemberg bis nach Sachsen. Den meisten Sonnenschein nach Nordwesten in Dichte-Wolken und einzelne Schau oder so ein bisschen Niesel- oder Sprühregen. Die Temperaturen liegen morgen früh auch bei recht milden 9 bis 11 Grad, 12 Grad am Oberrhein oder auch in der Lausitz. Und morgen Nachmittag wird es dann auch noch mal relativ warm. Höchsttemperaturen von 15 bis 18 Grad. 18 Grad da, wo es am Nachmittag oder auch tagsüber insgesamt die meiste Sonne geben wird. Und die nächsten Tage bringen dann erneut dichte Wolkenfelder. Am Sonntag dazu im Laufe des Tages aus Nordwesten neuen Regen. Und da, wo der zuerst ankommt, gerade mal 15 Grad. Ansonsten geht es noch mal rauf auf 17 bis 21 Grad. Im Osten und Süden auch lange sonnig und freundlich. Montag zieht der Regen weiter nach Südosten. Und dann wird es für alle deutlich kühler. Das heißt, die Temperaturen sinken zum Wochenbeginn dann doch extrem. Wir sind darauf vorbereitet jetzt. Vielen Dank für diese Aussichten. Das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit einem Tatort aus Bremen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Start ins Wochenende. Bis morgen Abend. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich. Tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.